Moin Moin Leute und herzlich willkommen zu meinem Jahresrückblick Video mit eurem Brocken. Ja, ich möchte einfach mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wie war das Jahr 2016 für mich? Ja, wie soll die Zukunft 2017 weitergehen? Und ja, erstmal möchte ich mich natürlich bei aktuell allen 425 Abonnenten riesig bedanken. Also es ist krass einfach, wie verhältnismäßig schnell doch mein Channel gewachsen ist auf jeden Fall. Da möchte ich mich auf jeden Fall bei allen bedanken. Dafür auf jeden Fall für sämtliche Abos, die natürlich gekommen sind. Für jeden Like, für jedes Kommentar. Es war einfach riesig. Hat mir auf jeden Fall bis jetzt eine Menge Spaß gemacht. Also ich bin mega glücklich darüber. Und ja, freue mich auf jeden Fall natürlich auch aufs Jahr 2017. Und ja, nochmal 425 Mal danke auf jeden Fall, Leute. Und krass dafür auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, das war so das Erste jetzt, dass ich mich bedanken wollte auf jeden Fall. Ich meine, ohne euch wäre das alles gar nicht möglich gewesen, dass der Channel so wächst. Dass es mir auch einfach weiterhin und aktuell sehr, sehr viel Spaß macht natürlich, YouTube-Videos zu produzieren und mit euch zu teilen auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank nochmal dafür. Ja, dann halt so wollte ich doch mal so ein bisschen so die Entwicklung meines Channels. Oh Mann, ein bisschen erkältet. Ja, die Entwicklung meines Channels mal packen. Und ja, angefangen hat alles am 23.06.2016. Ja, da hat alles angefangen so. Da hat alles mit Evo Seeds und dann Uncharted mit dem Shomo noch so seinen Lauf genommen. Und ja, eigentlich war es ja geplant, dass wir den Channel zu dritt machen. Dass ich, der Shomo und ein anderer Kollege, der Juradot, wir wollten das eigentlich zu dritt auffahren. Und wir wollten eigentlich auch zu dritt durchstarten. Und wir hatten davor wirklich schon, wirklich ein Jahr lang, haben wir davor schon schon oder mehr oder minder. Ich habe natürlich da wirklich viel Zeit auch reingesteckt, um, dass wir festlegen, was wir machen, wie wir es machen. Ich habe dann viele Videos von dem Commander Krieger geschaut, wo man, der einfach gezeigt hat, so, ja, wie man die, wie man Thumbnails macht, wie man, ja, alles halt einfach so. Der hat vieles erklärt hat einfach, der wirklich genau auf Sachen eingegangen ist, die wichtig sind. So, mit den ganzen Titel, Videobeschreibungen, mit der Auswahl des Titels und, und, und auf jeden Fall. Und, ja, da habe ich halt viel gesehen und habe aber auch viel im Internet recherchiert einfach und habe eine PowerPoint-Präsentation gemacht, damals für uns. Und die war lang. Die war, ich glaube, 350 Seiten. Und, ja, da habe ich halt auf jeden Fall dann halt so die Idee gehabt, so den Leuten habe ich dann das dem Juradot und dem Shomo gezeigt. Ja, wie man überhaupt anfängt, wie man einen Channel aufbaut. Ja, wie man die Zuschauer bindet, wie man mehr Abonnenten bekommt und alles so. Das habe ich denen halt alles natürlich gezeigt, weil die wollten das machen, so, aber die haben sich halt nicht mit der Materie auseinandersetzen wollen. Die meinten halt so, ja, einfach hochladen und alles und benennen und so. Und ich dachte mir so, nee, Leute, so, wir müssen das halt schon machen, so. Wir müssen halt auch mal ein bisschen gucken, so. Wir müssen jetzt nicht mit jedem Trend mitziehen oder so, auf keinen Fall. Aber wir sollten halt schon ein bisschen gucken, dass das Ganze natürlich gut rüberkommt. Ja, wie gesagt, dann natürlich gesponnen, welchen Namen nehmen wir. Und, ja, der Channel hier hieß dann auch noch bis Juli, bis Ende Juli, hieß der Channel dann auch noch Blue Screen TV. Den Namen habe ich mir, ja, der ist mir halt spontan so, ist mir der eingefallen einfach. Ich hatte denen dann Jura, Dot und Shomo vorgeschlagen und die so, ja, krass, Blue Screen TV. So, das ist so geil, so, das passt einfach so. Blue Screen wird oft gesucht, so, weil da Fehler sind, so. Und da hätte man natürlich so, so, durch den Namen der Arbeits eigentlich, natürlich so, so, die Möglichkeit gehabt, natürlich noch ein bisschen gefunden zu werden, obwohl man eher nicht gefunden werden wollte. Die Leute hätten vielleicht in Blue Screen einen Fehler gehabt und hätten uns dadurch durch Zufall vielleicht auch gefunden. So, und, ja, dann war die Planung halt da. Und, ja, die Channel, die Channel Idee, Blue Screen TV, ja, die war auch geboren. Und war halt, war in dem Fall natürlich, war das dann schon sehr, ja, sehr krass. So, ne, wir hatten alles und, ja, es hat Spaß gemacht. So, und dann haben wir natürlich uns Ideen gesucht von wegen, so, der Shomo, der kann halt relativ gut zeichnen auch. Und er meinte dann so, ja, ich werde mal gucken. Ich werde dann das Profilbild zeichnen und werde dann auch den Kanalbanner zeichnen. Und werde das dann machen. Und ich so, ja, krass. Und er hat sich dann auch hingesetzt und hat sich ein paar Tage Zeit genommen und hat in der Zeit auch, ja, den Kanalbanner gezeichnet. Den habe ich heute noch bei Facebook drin. Aber das ist halt nur ein Foto davon. Also, ja, wir wollten dann jemanden eigentlich suchen, der uns das digitalisiert. Haben wir leider keinen gefunden. Aber, naja, wir hatten dann halt, ähm, da auf jeden Fall eine Menge Spaß und haben auch schon Excel-Tabellen, haben wir gemacht gehabt und wollten halt einfach so ein bisschen so gucken, so, wer spielt welches Spiel, damit wir das abdecken können. Und, ja, dann war dann halt irgendwann so die Idee geboren und wir hatten alles. So, und dann kam der Shomo, der hat sich dann damals gleich eine Egato Capture Card schon zugelegt und auch ein Mikrofon gekauft. Und, ja, wir waren dann da und Shomo dann so, ja, Leute, was ist denn mit euch los? Hier, hier macht gar nichts. Und er war natürlich ein bisschen eingepisst, so, ne, weil er hat alles schon gehabt und keiner hat irgendwie von uns mehr seinen Arsch bewegt gerade, so. Und, ähm, ich dachte mir so, ja, okay, wir sollten das jetzt echt langsam angehen, so. Ich hatte den Kanal Bluescreen TV halt schon 2015 gegründet gehabt. Ein halbes Jahr, bevor überhaupt ein einziges Video auf diesem Kanal kam. Und dann war es halt soweit. So, dann hatte Shomo den Juror dort noch gefragt. So, ja, und, äh, und der kam einfach nicht aus dem Arsch. Also, der wollte einfach irgendwie nicht mehr so wirklich. Hat dann aber eine Freundin, hat dann eine Freundin bekommen und seitdem war das für ihn dann abgehakt. So, nee, äh, gibt jetzt für mich, gibt es jetzt kein, ähm, YouTube mehr. So, war für uns ein bisschen schade, so. Wir hatten das halt so direkt geplant. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Ähm, ja, und meinte dann halt, wir dann so, ja, nee, willst du uns veräppeln jetzt? Nee, ich steig aus, so. Dann war er weg. Und, ähm, das war für mich so der erste Rückschlag, so ein bisschen so, okay, wir haben das heute geplant, aber ich dachte mir so, ja, okay, Shomo ist voll dabei und voller Elan. Ja, und dann habe ich halt angefangen, einfach so das erste Spiel, was ich auf Steam halt wirklich durch den Ralle eine lange Zeit gesuchtet habe und auch immer mal wieder suchte, äh, He Was Heech, hatte ich dann angefangen und habe da so die Charaktervorstellung gemacht, habe dann halt so ein bisschen was erklärt über das Spiel. So, und das war halt, ähm, ganz lustig eigentlich so. Und ich habe das erste Video dann am 23.06.2016 hochgeladen, da folgte dann Shomo auch mit. Und der hatte sich dann, äh, Uncharted 4 geschnappt und hat gesagt, ey, das mache ich. Und der war, wir waren alle beide, äh, voller Elan und wir hatten, haben das alles gemacht, wir haben das gerendert, wir haben dann einfach nur nicht mal Sunnets gemacht, so, weil, so, und wir uns dann mit dem Thema wirklich nicht beschäftigt hatten, einfach, und das war einfach cool. So, wir haben da einfach so diese vorgefertigten Subnets genommen, die Blizzard, äh, die Blizzard, sag ich schon, die YouTube uns da vorgibt. Und ja, die haben wir einfach genommen. Und, ähm, war auch relativ lustig. Und ja, und dann kam halt natürlich noch Worms, kam dann noch, ähm, Warhammer 40K, war dann noch am Start bei mir so mit Problemen und alles, weil man es noch mit Open Brokers Software aufgenommen hatte. Und ja, und dann war aber halt irgendwann so, dass der erreicht so, dann musste der Shomo, ist in Urlaub geflogen, ich glaube, nach Bulgarien waren es, zwei, äh, zwei Wochen. Und ja, und dann meinte er dann so, ja, äh, ich lasse das dann stoppen, das mit den Videos. Und ich meinte so, nee, nee, du musst vorproduzieren, so. Ich sag, so produziere vor. Und ich sag, so mach dir keine Sorgen, dann, äh, ich sag, so, ich lade einfach täglich dann, ähm, die Uncharted-Videos von dir hoch und hatte aber nebenbei natürlich noch meine Projekte am Laufen und musste dann halt immer nochmal gucken, ähm, die Videos natürlich von dem Shomo rendern, musste ich selber so noch und alles, ähm, und ja, alles bearbeiten natürlich so, ne. Und das war dann schon ein bisschen krass so in der Zeit, in diesen zwei Wochen. Und Shomo hat sich dann gefragt, ja, nach dem Urlaub, ey, rocken wir weiter die Bude. Und ich war natürlich auch sehr guter Dinge, auf jeden Fall. Also ich war mehr als denn je dabei und ich hab einfach das Gefühl gehabt, so, es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung mit Shomo das Ganze zu machen. Ja, dann ist halt aus dem Urlaub wiedergekommen und ich hatte grad die letzte Folge halt hochgeladen und, ja, und dann kam aber von Shomo nichts so. Dann meinte Shomo irgendwann zu mir, ja, sorry, so, das läuft halt gar nicht so, wie ich mir das gedacht hab und es macht mir keinen Spaß mehr. Es kostet doch Zeit. Ich muss ja spielen und alles. Und, ja, er dachte halt so, es wäre halt auch nur, ähm, zocken und das war's. So, aber dass man halt dann vielleicht noch Renderungszeit braucht, dass man das Video rendert. So, was man halt nebenbei machen kann eigentlich so. So, und, ähm, ja, ist dann halt nach einem Monat YouTube, ist er dann ausgestiegen, so, war weg. Und ich war dann halt wieder alleine und ich dachte mir so, ah, ist das jetzt das Ende? Hm. Aber in dem Augenblick war für mich erstmal selber so, hm, dass ich mich wieder suchen musste. Weil ich halt einfach gemerkt hab, okay, jetzt ist der Shomo weg. Und ich selber hab halt gedacht, ja, okay, das ist krass, jetzt bin ich alleine. Und für mich war das halt in dem Augenblick halt erstmal so so ein Rückschlag. So, ich stand halt da mit dem Channel und dachte mir so, ja, wir wollten das zu dritt machen. Dann haben wir es nur zu zweit gemacht und ich war schon, eigentlich da schon ein bisschen angepisst, so ein bisschen und, aber hab mich nicht unterkriegen lassen und dachte mir so, ja, komm, so. Und dann, ja, weil jetzt der Shomo weg war, war das dann eigentlich so ein kleiner Rückschlag für mich. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, so, es ist jetzt vorbei, so, soll ich auch aufhören, so, macht das alles gar keinen Sinn mehr. So, alles und, ja, hatte dann auch einen kleinen Rückschlag und war dann halt auch ein bisschen deprimiert darüber, so, dass keiner von beiden mehr auf einmal da war, so zu sagen. Und wollte eigentlich selber dann erst aufhören und hab mir gedacht so, nein, so, eigentlich nicht, so, dachte ich mir dann irgendwann so abends, ne, so, du hast Bock auf die Scheiße, du willst was machen, du willst den, du willst jetzt Shomo auch zeigen so, dass es geht, dass, dass man halt auch von Null nach oben kommen kann, so, man muss kämpfen, man muss dabei bleiben. Und, ja, das hab ich dann einfach gemacht. Ich hab mich dann einfach hingesetzt und hab wirklich mir nochmal Spiele rausgesucht und hab einfach wirklich mit Elan weitergemacht, wirklich mit Spaß an der Sache. Immer noch. Bis heute, bis jetzt sogar noch bin ich immer noch mit Spaß auf jeden Fall dabei. und das ist einfach wichtig gewesen für mich dann. Ich hatte Spaß an der Sache, es lief super und, ja, wie man sieht, ich mein, äh, ich hab, äh, Video Views aktuell so um die 25.000 Video Aufrufe im Monat. Diesen Monat, wenn es gut läuft, jetzt im Dezember knack ich die 30.000 Video Aufrufe. Ich hab 425 Abonnenten gemacht, so, es ist einfach geil. Es ist geil. Man, man sieht die Likes, man sieht die Aufrufe, man kriegt das positive Feedback. Ich hab durch World of Warcraft hab ich, äh, mittlerweile, ich weiß nicht, fast, gut 30, äh, Leute im Battle.net geedit und ich schreibe mit einigen von denen, ich bin mit einigen im Team Speak. Es macht einfach richtig, richtig Laune und einige geben mir auch positives Feedback außerhalb dieser WoW-Sachen. So, ich mach ja jetzt gerade Life is Strange zum Beispiel, hab ich Weißstein of Rome, hab ich aktiv. So, klar, das hat nicht so viel Views. So, aber ich hab mit WoW angefangen und mach auch WoW weiter auf jeden Fall und, ähm, werde jetzt aber halt natürlich auch nebenbei viele andere Sachen noch machen auf jeden Fall, ne, und, ja, und wie gesagt, mir gibt es einen positiven, einen positiven Rückhalt und ich selber kann halt nur sagen, mich hat es auf jeden Fall geflasht und mir gefällt alles, was gerade so gut ist, äh, läuft sehr gut und bin halt, wie gesagt, zwar natürlich ein bisschen schade darüber, dass der Showmo nicht mehr da ist, aber okay, Geld ausgegeben, umsonst natürlich über 300 Euro hat er investiert und hat nichts mehr bei rausbekommen. Ja, jetzt möchte ich aber auch mal so, nachdem ich so ein bisschen die Entwicklung des Channels halt auch erklärt habe und ihr es ja selbst natürlich auch mitverfolgt, auch mal so ein bisschen die Statistiken zeigen, wie sich der Channel da überhaupt entwickelt hat und da ich selber natürlich einer bin, der sich da immer, ähm, das notiert, zeige ich das jetzt auch einfach mal. Also, ich habe ja angefangen am 23.06. habe ich angefangen und sozusagen der erste Monat natürlich, der dann da war, wäre der Monat, ähm, ja, wäre natürlich der Monat Juli, der erste ganze Monat und ja, da möchte ich halt einfach mal so zeigen, so, wie das sich bei mir entwickelt hat. So, man sieht halt so, der erste Monat, wo man wirklich rechnen konnte, waren insgesamt, haben die Leute im Monat Juli haben die Leute 997 Minuten meine ganzen Videos geschaut und ich hatte eine durchschnittliche Wiedergabezeit von einer Minute 57 und hatte in diesem Monat habe ich 509 Videoaufrufe gehabt, 12 Abonnenten hatte ich. das war, da war es dann noch Blutscreen TV und das war auch sehr, sehr krass, also ich habe mich da gefreut und man sieht das ja hier, jetzt sieht man es ja, die Wiedergabezeit, wie die immer hoch und runter geschossen ist, auf jeden Fall und, äh, ja, es war auf jeden Fall schon krass, ich dachte mir so, ja, was geht, 509 Videoaufrufe in einem Monat, so, what the fuck, ich bin jetzt im Monat da und irgendwie haben, habe ich zwölf Leute begeistern können schon und die das abonniert haben, was ich zu dem Zeitpunkt gemacht habe, da war noch nicht mal WUW da und, ähm, für mich war das krass, also für mich war, äh, das Bombe, es hat mich einfach sehr, sehr mitgenommen und, äh, das hat mich natürlich schon gepackt, so, what the fuck, 509 Aufrufe, so, es war krass, also es war wirklich, wirklich krass für mich und, ja, dann hat sich das natürlich auch weiterentwickelt, so, und ich zeige jetzt mal so die Monate, die ich schon habe, dann kam der August, da waren es schon 2100 und Minuten, eine Wiedergabezeit von über zwei Minuten und ein paar Sekunden, ja, 1000 Videoaufrufe hatte ich da erreicht, 25 Abonnenten, da habe ich meine Abonnentenzahl nochmal in einem Monat sozusagen fast verdoppelt und, ja, wenn man halt hier sieht, dann sieht man halt auch, wie krass das hier halt abgeht, auf einmal so von hier unten so, am Ende des Monats, halt ging das richtig hoch und es war halt, das ist halt immer verglichen zum Vormonat, war es einfach bombastisch, also, da hat mich das dann schon mitgenommen, ich habe gemerkt, boah krass, ich habe 1000 Videoaufrufe und, krass, ich habe, die Leute haben jetzt in einem Monat, haben die 2100 Minuten diese Videos geschaut und das war für mich natürlich schon zu dem Zeitpunkt eine enorm krasse Zahl, es war einfach, wirklich, ja, habe ich umgehauen, ah, dass ich natürlich 25 Leute schon begeistern konnte für meine Videos, die ich gemacht habe und dass ich natürlich auch, ähm, einfach, ja, so, für meine Verhältnisse zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall eine riesige Aufrufe, äh, Aufrufe im Monat erreicht habe und dass ich eine krasse, für mich, Wiedergabezeit und auch die Wiedergabedauer einfach erreicht habe und das war sehr krass und habe mir einen Halt gegeben und mich auch unterstützt in meinem Denken, ich mache alles richtig, so, und, ähm, ja, dann ging das natürlich weiter, dann kam natürlich der September, das war jetzt richtig krass, von 1000 Aufrufen, die ich ja hatte, so wie man jetzt hier sieht, so, ne, das war krass, ging das Ganze auf unmenschliche Weise hoch, es ging auf sage und schreibe 53.000 und Minuten Wiedergabezeit, 4 Minuten und Wiedergabedauer auf 11.000 Videoaufrufe und 74 Abonnenten, das war, das war wirklich so mega, Leute, das war mega, mega krass, diese Zeit, das war, so, da fing es an mit World of Warcraft und, ähm, meinen, ähm, ja, meiner Let's Play Reihe sozusagen, wo ich einfach meinen Charakter gelevelt habe und das gezeigt habe und dann halt noch mit dem Kriegerguide so ein bisschen und es war krass, es war einfach mega geil, Leute, ich möchte euch dafür nochmal 100.000 mal danken, so, das war dann auf jeden Fall der Moment, wo ich dachte so, what the fuck, was passiert da, was geht ab, Leute, so, das war dann so das Jahr 2016, so im September auf einmal, und ich so, äh, fuck, ich habe 53.000 Minuten, haben die Leute jetzt insgesamt geschaut und, boah, 11.000 Videoaufrufe, krass, und ja, ich hatte 74 Abonnenten am Ende, ähm, Ende September und war auch darüber sehr, sehr positiv überrascht und hat mir so, ja, okay, klar, bei einigen läuft es noch schneller, bei anderen läuft es aber auch langsamer und ich war auf jeden Fall geflasht davon, also mich hat das Ganze mitgenommen, es hat mir, ja, es hat mir wirklich einen Halt gegeben und, ja, hat mich auch sehr überzeugt in dem, was ich mache und sehr gefestigt, dass ich auf jeden Fall weitermachen werde, aber es geht dann noch krasser, wir waren dann im Monat, Oktober sind wir reingekommen, wir sind mit 162 Abonnenten aus dem Monat Oktober raus, mit über 128.000 Minuten, mit einer guten Wiedergabezeit von 5 Minuten und 24.000 Videoaufrufen, einfach krass, einfach krass, was ihr macht, Leute, also ich sitze hier teilweise wirklich am Ende des Monats oder auch so, gucke ich meine Statistiken natürlich immer sehr oft an, krass, Leute, krass, was ihr macht, Leute, ihr seid verrückt, aber ihr seid positiv verrückt, also wirklich positiv, weil mich hat es auf jeden Fall einfach, ja, was soll ich sagen, geflasht, also man sieht halt die Zeit, also es hat sich halt wirklich für mich sehr zum Positiven entwickelt und auch die Abonnentenzahlen sind halt wirklich stetig, 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 gut gestiegen und auch alles an sich hat einfach gepasst und passt immer noch und ja, dann geht es natürlich weiter so, wir sind dann von 24.000 Aufrufen auf 25.274 Abonnenten sind wir hoch auf über 25.000 Videoaufrufe gestiegen in einer Wiedergabezeit auf über 100.000, also fast 120.000, mega krass, Leute, mega, ja, und auf jeden Fall ist das auf jeden Fall bombastisch und wenn man jetzt sieht, so, ähm, der Dezember ist noch nicht hier drin, der kommt dann erst rein, wenn sozusagen 2017 ist, äh, kommt der dann rein, aber ich kann halt jetzt schon mal sagen, ähm, Abonnenten habe ich bis jetzt dann auf jeden Fall, ähm, meine, äh, 150 Abonnenten im Jahre, äh, im Monat Dezember alleine gefangen, und das war, es ist geil, Leute, es ist einfach mega geil, was ihr, was ihr mit mir anstellt, das ist einfach krass, also, äh, das auf jeden Fall, ähm, schon mal dazu gesagt, bombastisch auf jeden Fall, ähm, wir werden im Monat Dezember, wenn, wenn ich das gerade so ein bisschen in den Statistiken richtig verfolge, ungefähr, werden wir die 30.000 Aufrufe erreichen, das ist Bombe, wir werden so um die 100, weiß ich, 125.000, 130.000, ähm, Minuten in der Wiedergabezeit haben, und wir werden 425 plus Abonnenten erreichen, und, ja, Leute, krass, auf jeden Fall, wollte ich auch einfach mal so jetzt mit euch teilen, so, damit ihr auch mal seht, wie sich der Kanal, äh, über die Zeit einfach entwickelt hat, und wenn man halt einfach da ne bleibt, dann kann man auch, äh, was erreichen, also, es ist jetzt nicht so, dass man jetzt, äh, dass man da nichts erreicht, so, das ist einfach dann Quatsch, so viele Leute haben mir natürlich auch abgeraten, so, ah, YouTube, äh, läuft nicht, und, ah, guck mal deine Klicks an, und dies und das, und, ja, so, ich bin mehr als zufrieden, so, ich hab jetzt, wie gesagt, 425 Abonnenten, ich hab fast 30.000, oder die 30.000 Videoaufrufe gehen diesen Monat an den Start, ähm, ja, was will ich mehr, so, was will ich mehr, so, ich hab so viele gute Leute auch in dieser Zeit kennengelernt, einfach, jetzt auch über das Battle.net gerade, hab ich einfach auch viele positive Menschen kennengelernt, mit denen ich gerne im Teamspeak bin, mit denen ich gerne, chatte, mit denen ich gerne einfach auch so, wie gesagt, chatte, und denen ich helfe, und alles einfach bombastisch, einfach bombastisch, und, ja, die Statistiken sprechen natürlich auch für sich, dass das einfach gut läuft, und für mich ist das einfach so, wo ich mir denke, so, krass, was geht da ab, und, ja, auf jeden Fall bin ich sehr, wie gesagt, positiv überrascht, freue mich natürlich über diese Entwicklung, und, ja, bin natürlich auch noch gespannt, was denn uns im Jahre 2017 erwartet, und damit schließe ich jetzt den Jahresrückblick ab, und möchte noch so eine ganz kurze Minute vielleicht, vielleicht auch zwei, kurz darüber reden, ja, was soll sich in Zukunft, also zum Jahr 2017, was möchte ich da ändern, was möchte ich da machen, ja, also erst mal möchte ich natürlich im Jahre 2017 wieder auch, viele World of Warcraft Videos machen, also so ein paar Gold Guides machen, die ich, ähm, noch euch zeigen, möchte wieder Makros machen, möchte vielleicht auch wieder den ein oder anderen Klassenguides, vielleicht einen Demon Hunter DD machen, mal gucken, oder einer anderen Klasse, einfach mal gucken, wieder auch mehr WoW im Jahre 2017 jetzt bringen, damit die Leute auch mal wieder, wenn die World of Warcraft gefüttert werden, auf jeden Fall ist jetzt relativ in den letzten Zeit, sehr vernachlässigt worden, durch Weihnachten kamen weniger Videos allgemein natürlich schon, und, ähm, natürlich jetzt gerade durch die Arbeit, habe ich auch, wie gesagt, viel zu tun gehabt, einfach, äh, ich musste viel machen, also ich musste, ja, einfach wirklich mehr tun, als normal, weil wie gesagt, ähm, Kollegen krank waren, musste ich für die einspringen nebenbei noch, und alles, und da war halt ein, ein BOW nicht so viel Zeit, so, da habe ich dann meine 10 Minuten am Tag gezockt, wirklich, so, ich habe dann einfach die Folge Overwatch aufgenommen, und das war es, und alle anderen Sachen, waren halt schon fertig gespielt, und vorproduziert einfach, und die brauche ich dann nur noch so zusammenpacken, kurzem rendern, einfach schnell noch, und habe mir dann sozusagen ein Thumbnail dafür gemacht, und hochgeladen, ja, wie gesagt, auf jeden Fall, im Jahre 2017, möchte ich mir natürlich wieder mehr World of Warcraft liefern, äh, Makros liefern, Guides liefern, also Goldguides liefern, äh, Klassenguides natürlich, äh, liefern, Addon-Tipps und Tricks natürlich, die ich irgendwie noch finde, die ich mitbekomme, die ich selber teste, raushauen auf jeden Fall, damit die Leute da auch sich wieder wohlfühlen, natürlich, und ja, ansonsten, äh, werde ich natürlich irgendwann, ganz genau kann ich es da noch nicht sagen, aber irgendwann, denke ich mal, im Bereich vom Januar irgendwann, ja, werde ich dann auch anfangen, mir eine Webcam zuzulegen, das Ganze noch etwas persönlicher zu machen, auf jeden Fall, und ja, möchte ich mit einer Webcam das Ganze natürlich dann auch noch aufnehmen, krass, ne, krass, mit so einer Webcam, so, so ganz viele aneinandergereihte Bilder, Leute, das ist schon ziemlicher Shit, ja, und dann natürlich vielleicht auch mal das eine oder andere Horrorgame natürlich dann zocken und, äh, mich erschrecken, also, falls es gruselig sein wird, auf jeden Fall, ja, ansonsten habe ich natürlich jetzt schon eine relativ lange, lange Zeit geplappert, möchte ich auch gar nicht mehr irgendwie weiter hier labern, das war auf jeden Fall mein Jahresrückblick so ein bisschen, da habt ihr jetzt so die Danksagung, halt meine Entwicklung auch mal gesehen, und wie, wie, seit wann ich jetzt YouTube mache, und was meine Planung halt war, und wie, hab euch auch einen Einblick mal jetzt in die Statistiken gegeben, damit ihr selber auch mal sehen konntet, wie sich das Ganze jetzt so über die letzten sechs Monate bei mir entwickelt hat, und wie gesagt, ich selber bin positiv darüber überrascht von, auf jeden Fall, und möchte mich jetzt auch trotzdem nochmal, auch wenn ich es schon am Anfang gemacht habe, bei allen 425 Abonnenten bedanken, also bei meinen Brocklingen, sage ich ja immer eigentlich, möchte ich mal sagen, meine Brocklinge, ihr seid krass, auf jeden Fall, und wie gesagt, wenn euch das Video natürlich gefallen hat, mehr oder minder Video, ähm, ja, dann könnt ihr natürlich einfach gerne einen Daumen nach oben dalassen, würde mich riesig drüber freuen, wie gesagt, wenn ihr natürlich irgendwelche Fragen habt, oder irgendwas reinschreiben wollt, in die Kommentarbox, könnt ihr das natürlich auch jederzeit gerne tun, einfach was in die Kommentare schreiben, auf jeden Fall, ansonsten wünsche ich euch allen, auf jeden Fall natürlich, einen guten Rutsch ins neue Jahr, startet super durch, äh, hoffentlich erfüllen sich eure Ziele, für das Jahr 2017, ähm, ja, ich wünsche euch und eurer Familie natürlich auch, einen guten Rutsch, trotz auch, äh, dass ihr gesund bleibt, auf jeden Fall, dass ihr natürlich weiter meine Videos schaut, ja, dass natürlich alles weiter wächst, auf jeden Fall, und ansonsten, ja, einen schönen, einen schönen Silvester wünsche ich euch heute Abend, ballert nicht zu laut, äh, bleibt gesund und landet nicht im Krankenhaus, ansonsten bin ich auf jeden Fall raus, haut da rein, euer Brocken.